Da ist natürlich jetzt gay Na der ist bestimmt schon tot Achtung Auf jeden Fall die Mission ist auch richtig Also das wird bestimmt zu Ende Man trifft Makarov nicht Also schießt den Arm ab So wie Teil 1 Zakajew Ich soll ansagen Oh schlecht Schlecht diesmal Kamarov Kamarov hat uns eventuell vergeraten Keine Ahnung Sobel liegt schon ihr halbtoter Komm du schaffst das Junge Die immer So Scheißegal Was er sagt Wir bringen dich erstmal hier raus Ich weiß momentan gar nicht wohin Achso ich soll Ich hoffe mal ich laufe richtig Los so Ich bin ja bei Wenn ja bei So Okay Okay So los jetzt Na du hast das Messer in der Brust Überlebt Du hast MW1 Überlebt Also wirst du auch das hier überleben Ja natürlich Wenn sie ruhig früher sagen können Dass da welche sind Hallo Praktisch Komm Latt nach Alter Ich muss gleich wechseln Nicht auf der Diegel Weg da Gleich erstmal Speerfeuer drauf Jetzt erstmal Ruhe wechseln Durchladen Und Feuer Ach jetzt hängen sie auch schon im Haus drin oben Ja super Wir sollten das schon wieder Wechseln Ich muss wieder rein Scheiße 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 Alter er ist Ja er weiß instant Instant wo ich bin Wechseln Loslade durch Ach wenn ich hier hätte da aus ecke so sitzen bleibt Weg Gut Hinter dem Mülleimer Geht schon Gar nicht hinter dem Mülleimer Mach die Tür auf Mach die Tür auf Nein So Tropft Ein bisschen Alter Wenn wir noch nicht vor die Flinte So So Wenn sie noch welche Ah irgendwie muss Kamara Äh Mach auch Genau Mach auch Dass er irgendwie geahnt haben Dass wir da als Sniper Team Genau da sitzen werden Oder Kamara Auf dieser Ort uns verraten Drei Ja aber der andere Halt ich gerade nicht Alter Wo bleibt Nikola jetzt Kannste gucken Ah Hab ich da ein Little Bird you heard Bin ja bei Bin ja bei Komm schon Bredungssprung Bredungssprung Bäm 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 Natürlich Ein Heli Oh Hallo Ist ja ab Normal wie viel Blutverlust Er hat Los Na gut Tusch Hängt auch Gut Sei doch Tisch Flick Fix Der ist frei Erhelfen sie Soap Soap Du schaffst das schon Soap Das wirklich Okay Damit hätte ich jetzt nicht erwartet Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet Oh Äh Äh Spürst du? Soap hat ihr vertraut Ich dachte ich könnte es auch Also warum den Teufels da mit Kenmarker auf dich? Darum Darum? Geld kann viele Dinge kaufen Sogar Macht Der Weg in unsere Zukunft beginnt hier mein Frau Was soll das heißen? Es ist zu leicht Ich dachte wir hätten eine Atmachung Juri Winter1996 probiert Also praktisch MB1 Ich habe vergessen was wir gegen getan haben Wir sind in den Mittelpunkt Aber Macht verdirbt Okay Ja 2011 Alastaz Versteck Nahe Osten Vielleicht fährt etwas davon noch nicht an Ist alles bereit? Nares Tausende von Seelen mit einem Knopfdruck vernichten Das war kein Krieg Es war ein Wahnsinn Es war ein Wahnsinn Geht hotter Wasser Delsen Wie muito specifische � Okay, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Terminal-Mission von MP2? Möglich. Jahr 2016, Zakajev International Airport, Moskau, Russland. Alter, wie geil, dass wir stoppen sie das, Massaker. Alter, dass wir das so nochmal wieder spielen dürfen? Alter, ist geil. Oh mein Gott, wir sollten da eintreffen. Aber in seine Augen machte mich das zufrieden. Nee, mach dich nicht so schön. Okay, du hast hier etwas Zeit verschafft. Vorher jetzt. Errungenschaft freigeschaltet. Regie. In Herford gibt es einen Kirchturm, an dem die Namen der Toten stehen. Wir versuchen, ihre Taten zu würdigen. Auch wenn die Erinnerung...